Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Wenn die Ohrenstäbe dich genau an der richtigen Stelle streicheln. Aus irgendwelchen Gründen ist es äusserst befriedigend, Heuballen zuzuschauen, wenn sie eingewickelt werden. Eine Firma hat einen Rucksack entwickelt, der am gleichen Ort bleibt, wenn du herumrängst. Und das ist ein richtig, richtig bounziger Vogel. Wie machen wir ein Ognon? Ein Ognon. Look at that. To the good onion. Good onion is a heavy onion. This is a six pound onion. It's also an onion where the onion is put. This is the tip of the onion. The onion is not the knife around the onion. Remove the pepper skin of the onion. Dice an onion. An onion. Cut the onion in half. On the onion. An onion. Then the onion. The onion with onion. Ognon. Ognon right here. Ognon. Der kleine Siech heisst langnäsiger Hornfrosch. Das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, ihr habt es gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Bis dann!